Wusstest du, dass die meisten Probleme, die wir über den Alltag haben, eigentlich erst im Schlaf entstehen? Von Rückenschmerzen, Schlafstörungen, Energielosigkeit bis hin zu Blockaden und sogar Migräne, all das entsteht durch schlechten Schlaf. Und man sagt sich, je härter der Schlafuntergrund, desto weniger soll man von solchen Problemen betroffen sein. Und mein Ziel ist es damit, weniger schlafen zu müssen, dafür aber erholsamen Schlaf zu bekommen. Weniger Rückenschmerzen haben und auch entspannter in der Mobilität werden. Und zu guter Letzt soll das auch die Alltagsperformance verbessern und da bin ich sehr gespannt drauf. Wie auch ihr, stelle ich mir gerade die Frage, wie gut sind diese ganzen Optionen, die uns offen stehen, wirklich? Wir werden jede davon testen und zwar zwei Wochen lang, um fundierte Daten zu bekommen, habe ich das Wubband. Und ein 24 zu 7 Tracker, der liefert uns genau die Daten, die wir brauchen, um eine Auswertung treffen zu können, ob wirklich das Bodenschlafen der absolute High-End-Entgegner ist. Wir wollen kostengünstig anfangen. Ich habe bereits eine harte Matratze auf Härtegrad 4. Heißt, wir bearbeiten jetzt mein Ladenrost. Montagabend, 22 Uhr 22, es gibt auch wirklich keine ruhigere Beschäftigung, als sich sein Bett hart zu machen. Während wahrscheinlich andere Dinge um diese Uhrzeit hart werden, dachte ich mir, ich drehe meinen Ladenrost um und tue alle Streben ausbauen. Und werde die auf der Oberseite neu befestigen, um somit einen harten Untergrund zu haben. Und damit ich meine Freundin nicht zwingen muss, auch auf dem Boden zu schlafen, tue ich halt meinen Ladenrost umbauen. Rüsse gehen raus an meine Nachbarn, es tut mir leid. Die erste Nacht war katastrophal. Heute war einer der schlimmsten Tage, die ich jemals hatte. Nacht Nummer 2 ist rum und ich fühle mich super. Ich bin ruhig vor 10 Minuten aufgewacht. Ich bin unter die Dusche gegangen, kalt und es hat mich gar nicht interessiert. Sonst bin ich immer da am Schreien, am alles und heute fühle ich mich einfach nur noch super entspannt. Ich hatte schon ewig nicht mehr so einen Morgen. Und auch meine Schlaf-App, das ist auch nur so ein kleiner Orientierungspunkt, aber weniger geschlafen, aber mehr qualitativen Schlaf bekommen. Und auch weniger Zeit im Bett verbracht. Die letzten Nächte waren sehr interessant. Sowohl gestern, wo ich sehr gut geschlafen habe, wie auch heute, wo ich mehrere Schlafunterbrechungen hatte, fühle ich mich trotzdem über den Tag extrem gut. Als hätte ich denselben Schlaf gehabt, aber ich bin ja diese eine Nacht aufgewacht. Und ich habe jetzt schon beim täglichen Mobility-Training gemerkt, wie entspannt mein Körper eigentlich ist, dass ich wirklich diese Massage bekomme, die mein Körper in der Nacht braucht, um wirklich zu relaxen. Die ersten 14 Tage sind geschafft, auf einem härteren Bett zu schlafen. Es entspannt so sehr. Ich kann mich jetzt auch daran erinnern, dass ich als Kind immer auf harten Untergründen geschlafen habe. Legt euch jetzt auf euren Boden und sagt mir, dass das sich nicht gut anfühlt. Und stellt sich jetzt also nur noch die Frage, warum sind eigentlich harte Untergründe besser als weiche? Der Grund, Entlastung der Wirbel. Bei einem harten Untergrund können die Wirbel sich wirklich entspannen, quasi die Energie auf den harten Untergrund abgeben und somit nach außen expandieren und entspannen. Der Druck wird genommen. Bei weichen Untergründen wird der Druck nicht genommen. Der verteilt sich auf den Wirbeln wie so eine Art Waage. Und der Druckpunkt ist dann meistens oberhalb der Hüfte, der untere Rücken, wo die meisten Schmerzen entstehen. Und wir sind natürlich so eingenommen von der Industrie, von den ganzen Werbungen, die wir sehen, dass je weicher der Untergrund, desto kuscheliger, desto besser. Aber desto schlechter ist es eigentlich für unseren Körper. Und die Industrie verdient sich damit wirklich dumm und dämlich. Bei mir fängt es jetzt auch so langsam an, dass sich die ersten Komplikationen zeigen. Wenn meine Augenringe sprechen könnten, dann würden die wahrscheinlich sagen, dass ich heute mega beschissen geschlafen habe. And that's true. Das Bett ist härter. Ich hatte dieselbe Routine wie sonst auch. Und trotzdem gibt es Faktoren über das Bett hinaus, die einen schlecht schlafen lassen. Ich habe mich warum auch immer in der Nacht auf den Bauch gedreht und war dann in der Position so am Schlafen. Das ist schon komplett komisch. Ich weiß nicht, was mein Körper sich dabei dachte. Das Witzige ist, ich fühle mich trotzdem super locker und super flexibel. Also das hat es nicht eingeschränkt. Aber ich habe so Konzentrationsstörungen und ich habe so emotionale Schwankungen. Das ist bei mir ein... Es fühlt sich an, als braucht mein Körper ein härteres Bett. Aber das heute ist das perfekte Beispiel dafür, dass selbst das perfekte Bett oder die perfekten Umstände nicht bedeuten, dass man sehr gut schläft. Es kann ein minimaler Faktor gewesen sein. Die wohl schlimmste Sache in der heutigen Zeit, weil es zu unserem Alltag geworden ist und maßgeblich unseren Schlaf auch in der Routine beeinflusst, ist unser Smartphone. Generell technische Geräte, Blaulicht. Denn das verhindert, dass wir Melatonin ausschütten, weil die Augen nehmen so viel Licht wahr durch das Blaulicht, dass dadurch die Melatoninproduktion, also das, was uns müde werden lässt, einschränkt oder gar abstellt und wir Probleme haben, alleine schon beim Einschlafen. Weil der Körper weiß jetzt nicht, ob Tag oder Nacht ist. Wie wichtig auch Routinen sind, habe ich in meinem letzten Schlafexperiment gemerkt. Alleine die neuesten Studien zeigen, dass eine Abweichung von einer Stunde auch der Schlafengehzeit maßgeblich dafür verantwortlich ist, ob unser Körper realisiert, ob jetzt gerade wirklich Schlafenszeit ist und die Erholung einleitet. Das heißt am besten immer zur selben Zeit einschlafen und zur selben Zeit aufwachen mit einer Toleranz von einer Stunde. Der nächste Endgegner in unserer heutigen Zeit ist das Koffein. Grüße gehen raus an Gönnergy. Ich liebe es, aber es kann auch wirklich nicht förderlich sein für den Schlaf, wenn wir schon morgens früh zum Kaffee greifen oder generell zu anderen Koffeinquellen, dann blockieren wir maßgeblich den Abbau von Müdigkeitshormonen, das wir brauchen, um am Abend wieder einschlafen zu können. Das wird einfach durch Koffein unterbunden und wird uns dann, sobald das Koffein aufhört zu wirken, Mittag wieder begrüßen und wir haben den sogenannten Tagestief. Also wenn möglich verzichtet von 90 bis 120 Minuten nach dem Aufstehen auf Koffein, um genau das zu verhindern und auch gleichzeitig den Schlaf in der nächsten Nacht zu fördern. Neben den kostenlosen Varianten, wie man den Schlaf verbessern kann, gibt es natürlich auch Varianten, die ein wenig was kosten, um uns den Luxus unseres Alltags nicht nehmen zu lassen. Da gibt es aber noch viele weitere und sowohl kostenlose wie auch Routinen, so auch Gadgets, die den Schlaf verbessern sollen. Dazu wird es auch ein ganz eigenes Video kommen. Das wird dann so heißen wie die perfekte Schlafroutine. Also lasst jetzt schon mal ein Abo da, um das nicht mehr zu verpassen. Das kann man von jetzt auf gleich verändern und dann kann man sich überlegen, auf dem Boden zu schlafen, um zusätzlich nochmal was für seinen Körper zu tun. Kommen wir auch schon zur Auswertung, aber bevor wir uns die genauen Analysen anschauen, wie ich denn wirklich geschlafen habe mit einem härteren Lattenrost, mein Gefühl sagt mir auf jeden Fall, ich glaube nicht, dass das so einen großen Impact jetzt hatte. Ich meine, ist ja auch die kostenlose Variante mit den Hilfsmitteln, die ich zur Verfügung hatte. The Tracker sagt, 42% in unserer gesamten Schlafzeit wieder REM und Tiefschlaf. Die schlafene Stunden habe ich ein bisschen weniger als sonst, 10 Minuten, 9 Minuten. Dadurch ist aber mein erholsamer Schlaf nur um eine Minute gefallen. Also ist auf jeden Fall schon mal ein kleiner positiver Impact. Hier sehen wir in der Analyse meine ganzen Spikes und anhand dieser Auswählpunkte können wir ganz genau sehen, zum Beispiel, wann ich denn wach war. Und siehe da, ich hatte heute zum Beispiel Probleme, direkt am Anfang einzuschlafen. Er hat mir dann doch nochmal mein Kissen gegrabt und das hat mir natürlich ein bisschen mehr Wachzeit hier aufgeschrieben. Mit 41 Minuten in meinem Schlaf war ich wach. Das ist gar nicht mal so gut. Der Leichtschlaf ist diese Schlafphase, wo wir so langsam uns entspannen und uns darauf vorbereiten, in den Tiefschlaf zu kommen. Und da liegen wir bei 4 Stunden und 4 Minuten. Und ich habe, wenn man das hier so erkennt, auf jeden Fall, ich kann mich sogar daran erinnern, dass ich geschlafwandelt habe um diese Zeit. Dann gehen wir in den SWS-Schlaf über, der Tiefschlaf, also Slow Wave Sleep. Das ist der Schlaf, wo wir uns anfangen zu erholen. Ein sehr, sehr wichtiger Teil des Schlafes und davon sollten wir auf jeden Fall eine Menge bekommen. Wir haben jetzt hier eine Stunde und 40 Minuten da drin verbracht und auch relativ am Anfang. Wenn REM-Schlaf, also Rapid Eye Movement, das ist der Schlaf, der maßgeblich dafür ausschlagend ist, wie gut wir geschlafen haben, also Rapid Eye Move, weil wir da mit den Augen immer links und rechts, oben, unten Pingpong mitspielen. Und wo wir Kurzzeiterlebnisse in Langzeitereignisse in unserem Gehirn manifestieren und wo wir so Traumata und ähnliches verarbeiten. Generell wirklich sehr wichtig für Körper und Geist. Eine Stunde 49 ist auf jeden Fall anhand des Normalbereiches überdurchschnittlich viel. Und normalerweise wache ich im REM-Schlaf auf, was mich dann natürlich für den Rest des Tages ein bisschen verklatscht sein lässt. Heute allerdings habe ich einen sehr guten Tag, wo ich nicht im REM-Schlaf aufgewacht bin. Aufwachereignisse 1,2 pro Stunde, weniger als sonst. Heute war auch die Nacht, wo ich auf der Seitenlage gepennt habe. Weiß nicht, ob das daran irgendwas verändert. Und die Atemfrequenz ist auch leicht erhöht. Ehrlich gesagt habe ich mir ein bisschen bessere Werte erwartet. Und ab heute sage ich Tschüss zu meinem warm, flauschigen Bett. Für Zeit, den nächsten Schritt einzuleiten und zwar auf dem Boden schlafen, habe ich mir hier meinen alten Geltopper genommen. Und nochmal sehen, wie die erste Nacht wird. Ich glaube, man kann sehr gut erkennen, dass ich ziemlich erholt aussehe. Und auch die nächsten sieben Tage liefen katastrophal. Ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben so wenig geschlafen. Und ich hätte nicht gedacht, dass Bodenschlafen so schmerzhaft ist. Ich habe Hüftschmerzen bekommen, weil doch der Untergrund echt hart war. Ich kann gar nicht mehr richtig sprechen. Und ich war kurz davor, das Experiment abzubrechen. Aber ich bin zum Glück am Ball geblieben. Und jetzt gerade ist die erste Nacht, wo ich wirklich sehr gut geschlafen habe. Und ich hoffe, das bleibt auch weiterhin so. Die zwei Wochen auf dem Boden schlafen sind jetzt final durch. Und bevor wir zu den Analysen kommen, möchte ich euch erstmal erzählen, wodurch ich gegangen bin. Was ich schon nach den ersten Tagen feststellen konnte, obwohl ich Hüftschmerzen bekommen habe, haben sich meine Rückenschmerzen gebessert und ich bin mobilitärer geworden. War das überhaupt ein deutsches Wort? Es war wirklich so ein weirdes Gefühl, auf dem Boden zu schlafen, während meine Freundin im Bett schläft. Und auch jemandem zu erzählen, dass ich gerade auf dem Boden schlafe, war schon mal sehr weird. Zweitens, die Kraft im Gym ist so dermaßen explodiert. Ich habe überall neue Rekorde gebrochen. Ich habe mich generell über den Tag sehr gut, sehr erfrischt und mit voller Energie gefühlt. Hatte aber immer noch Hüftschmerzen. Dann habe ich mir Inspiration aus Japan geholt, wo man traditionell auf dem Boden schläft. Auf Tatami-Matten und dann auf Futron-Matratzen, die ungefähr ein ähnliches Boden-Feeling erzeugen sollen. Dachte ich mir, vielleicht ist der Untergrund doch zu hart und habe unter meinem doch relativ dünnen Gelschaum-Topper nochmal den Bezug von diesem Geltopper drauf getan, um nochmal so ein bisschen Polster zu bekommen und tatsächlich habe ich keine Hüftschmerzen mehr. Das hat auch nicht groß meine Alltags-Performance eingeschränkt und kann rein aus Gefühl jedem empfehlen, mal auf dem Boden zu schlafen und es einfach mal zu testen. Aber wir sind jetzt hier nicht in der Gefühlslage, sondern wir wollen ja auch fundierte Daten dazusehen und dazu kommen wir jetzt. 42% meiner Gesamtschlafzeit in REM und Tiefschlaf verbracht. Schon mal sehr gut. Yo, der ist sogar fast exakt gleich auf 1 Stunde und 50 Minuten. Und ich wache wie immer im REM-Schlaf auf. Es kann nicht anders sein. Tiefschlaf habe ich komischerweise jetzt nur noch am Anfang meiner Schlafphasen. Und auch mein Leichtschlaf ist ein wenig zurückgegangen. Genauso wie die insgesamt Wachenzeiten während meiner Nacht. Und es ist ja klar, je weniger man aufwacht in der Nacht, desto mehr Schlaf bekommt man mit potenziell mehr REM-Schlaf, Tiefschlaf oder Leichtschlaf. Ich habe immerhin zusätzlich 9 Minuten erholsamen Schlaf bekommen, obwohl ich auch mehr Stunden geschlafen habe. Ja, okay, macht Sinn. Ich habe ja weniger Wachphasen. Auch wenn es mir dadurch wirklich über den Tag und in der Nacht jetzt besser gegangen ist, mental, sag ich mal, meine Laune ein bisschen runtergegangen, weil ich eben halt nicht mehr neben meiner Freundin geschlafen habe. Dachte ich am Anfang, ist mir gar nicht so wichtig. Aber mit der Zeit dachte ich mir auch so, nee, muss nicht sein. Wenn man schon mal eine Freundin hat, dann will man auch neben der pennen. Und das war ein Problem. Deswegen bin ich wieder zurückgeswitcht auf das Lattenrost in meinem Bett. Und ich habe dieses Lattenrost nochmal extra verstärkt mit Stahl und querliegenden Streben. Aber das war mir nicht hart genug, deswegen habe ich den Kollegen hier organisiert. Und damit wird der Schlaf definitiv besser werden. Packen wir das mal aus. Denn wir schlafen auf noch härteren Material, dicke, massive Buche. Es ist auseinandergefallen. Erste Nacht auf dem harten Rolllattenrost und ich bin definitiv in meinem Traum aufgewacht. Also wahrscheinlich in einer REM-Schlafphase. Deswegen fühle ich mich absolut verklatscht. Und ich höre mich an wie ein 40-jähriger Raucher. Aber mein Körper hat sich heute nur mäßig erholt. Also uns wird gesagt, außerhalb des Schlafes gibt es da die Faktoren. Erholsamer Schlaf hat einfach 20 Minuten mehr on top bekommen. Obwohl ich gestern auch um 0.25 Uhr schlafen gegangen bin und mein Wecker exakt um 9 Uhr geklingelt hat. Wachphasen sind weniger geworden. Leichtschlaf ist weniger geworden. Tiefschlaf ist auch weniger geworden. Aber REM-Schlaf ist überdurchschnittlich viel. Und man siehe da, ich bin in der REM-Schlafphase geweckt worden. Ich sage mal so, meine Träume waren auch sehr, sehr hart. Also wenn das das Lattenrost war, dann behalte ich das auf jeden Fall. Ja, was soll ich sagen? Das Lattenrost bleibt. Aber nicht nur das. Die zwei Wochen sind jetzt auch endlich rum. Und ich fühle mich wirklich sehr, sehr gut. Keine Blockaden oder Verspannungen oder Nerven eingeklemmt oder ähnliches mehr. Auch die Rückenschmerzen sind gone. Ich bin absolut happy. Schlafprobleme zu fixen, braucht ja auch eine gewisse Zeit. Und gestern hatte ich etwas, das hatte ich seit Jahren nicht mehr. Ich bin müde geworden. Ohne müde werden zu wollen. Das ist wie, als man damals noch irgendwie nachts im Fernsehen unbedingt diese Serie noch zu Ende schauen wollte. War halt Fernsehen, man konnte nicht anhalten oder ähnliches. Und du hast dich auf Krampf versucht wachzuhalten. Den Moment hatte ich gestern. Und auch meine Erholung ist zum ersten Mal seit Wochen im grünen Bereich laut dem Wubband. Eine Stunde früher eingeschlafen um 0.25 Uhr mit insgesamt 8.44 Uhr geschlafen. Und erholsamer Schlaf ist aber nur minimal höher gegangen um 10 Minuten. Trotzdem, obwohl ich mehr geschlafen habe, habe ich weniger Wachzeiten. In 35 Minuten, das ist auf ein All-Time-Low. Auch der Leichtschlaf ist deutlich erhöht. Der Tiefschlaf hat deutlich abgenommen. Aber dafür mal wieder der REM-Schlaf. Und wer hätte es gedacht, ich bin wieder im REM-Schlaf aufgemacht. Deswegen habe ich bis jetzt, wir haben 15 Uhr gebraucht, um auf mein Leben klar zu kommen. Aufwachereignisse sind immer noch bei 1,2 pro Stunde. Atemfrequenz ist sogar, glaube ich, noch einen Ticken höher gegangen. Also ich scheine auch mehr Sauerstoff in der Nacht zu brauchen für meinen Recovery-Prozess. Zusätzlich hat Protein eine Plus-5-Auswirkung für meine Erholung. Ich nehme gerade 2 Gramm pro mein Kilogramm Körpergewicht zu mir. Ich wiege gerade 80 Kilo, also nehme ich 160 Gramm Protein täglich zu mir. Und es hilft meinem Schlaf wirklich sehr. Es gibt noch weitere wissenschaftliche Daten zu Magnesium. Das auch ausschlaggebend dafür ist, wie erholsam wir schlafen können. Wie so eine Art kleiner Superboost für das Nervensystem, für Körper, Gelenke, Knochen und Muskeln. Nicht nur wie wir schlafen, sondern auch unsere Ernährung hat einen sehr großen Einfluss darauf. Und ihr könnt von meinem Partner profitieren, indem ihr 10% sparen könnt. Bei ProSys, Europas Marktführer für Sportnahrung. Die Links und eine Anleitung, was mein Protokoll ist, findet ihr in der Beschreibung. Ich muss aber definitiv eine Sache sagen. Mich reizt es wieder auf dem Boden zu schlafen, weil ich finde, da gibt es noch Potenzial nach oben. Die Tests haben ganz gut gezeigt, je härter der Untergrund, desto besser. Aber auch die mentale Sache, wie neben seiner Freundin zu schlafen, kann Einfluss darauf nehmen, wie gut der Schlaf eigentlich ist. Und ich habe versucht, für dieses Video einen Partner zu finden für hochwertiges Bettdequipment, das für den Boden geeignet ist. Es hat sich aber komplizierter herausgestellt, als es eigentlich ist. Auch weil die meisten Unternehmen, die in der Branche tätig sind, keine Ahnung von Social Media haben. Und weil ich teilweise dann 1000 Euro für ein Bett selber ausgeben müsste, habe ich es dann doch nicht gemacht. Habe ich dennoch mein Ziel erreicht? Ja, ich schlafe weniger, aber ich erhole mich besser und ich habe auch keine Rückenschmerzen oder Verspannung oder ähnliches mehr. Ich bin auf jeden Fall absolut zufrieden. Womit ich nicht zufrieden bin, ist, dass ich noch weiterhin auf dem Boden schlafen möchte, um noch mehr Erfahrung da zu sammeln. Nicht nur zwei Wochen, sondern auch gerne mal sechs Monate oder ein Jahr. Deswegen habe ich den Entschluss gefasst, dieses Experiment weiterzumachen. Es wird eine ganze Serie davon geben, wie es ist, auf dem Boden zu schlafen. Es kann nicht sein, dass Japan wirklich so einen hohen Score in Erholung hat, was Schlaf angeht, weil man dort traditionell auf dem Boden schläft. Und ich selbst habe die Erfahrung auch schon gemacht und frage mich, warum ich das eigentlich gar nicht mehr mache. Um auch das nicht mehr zu verpassen, lasst also gerne ein Abo da, um davon weiterhin in Zukunft mitzubekommen. Habt ihr spezielle Routinen, Tricks, Hacks für euren Schlaf oder generell für den Alltag, lasst mir alles in den Kommentaren da. Darauf baue ich die nächsten Videos auf. Bewertet das Video für den Algorithmus und wir sehen uns dann bis zum nächsten Video wieder. Haut rein, peace!